Hallo, ich möchte Ihnen heute vorstellen, wie man mit Inspec Compliance und Sicherheitsanforderungen automatisieren und effizienter managen kann. Mein Name ist Patrick Münsch und arbeite für die SVA als IT-Security-Consultant. Nehmen wir an, in Ihrem Unternehmen müssen Sie einige der folgenden Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel BaFin, PCI DSS, GDPR, SOX, ISO, IT-Sicherheitsgesetz oder BSI. Solche Unternehmen müssen regelmäßig Compliance und Sicherheitsaudits durchführen, um nachzuweisen, dass ihre Infrastruktur den Sicherheitsanforderungen entspricht. Zum Beispiel sind Ihre Betriebssysteme, Web-Surfer oder Datenbanken abgesichert. Wie machen das heute die meisten Unternehmen? Bei den meisten Unternehmen funktioniert das so, dass sie einige IT-Administratoren damit beauftragen, die relevanten Informationen manuell, eventuell halbautomatisch mit Skripten, von den Surfern zu holen und die Ergebnisse in einer Excel-Liste dokumentieren. Dafür benötigen die IT-Administratoren je nach Größe der Infrastruktur mehrere Wochen oder sogar Monate. Dies ist recht zeitaufwendig und kostenintensiv. Mit InSpec kann permanent die Infrastruktur auf Ihren Compliance-Status getestet werden. Dies kann wie in meinem Beispiel mit einem Agent auf dem System erfolgen oder ohne einen Agent. Somit können auch Systeme getestet werden, auf denen Sie keinen Agent installieren dürfen. Darüber hinaus liefert der Compliance-Surfer bereits über 80 Premium-Profile mit, die regelmäßig aktualisiert werden. Nehmen wir uns den Surfer Note 4, den wir auf Compliance testen möchten. Der Note 4 ist ein Center 6 mit der Default-Installation. Im Profile Store können wir die verschiedenen mitgelieferten Profile, wie zum Beispiel AIX, Tomcat, OSX, verschiedene Linux, Unix-Distributionen und Windows, anschauen und auswählen. Wir wählen jetzt den entsprechenden Center 6 Level 1 Center of Internet Security Benchmark aus. CAS gilt als Industriestandard für die IT-Sicherheit von Systemen und wird von den meisten referenziert, wie zum Beispiel durch die BaFin und PCI DSS. Wir haben das Profil ausgewählt und dies wird automatisch auf den Surfer Note 4 angewendet. Es dauert ein paar Sekunden und wir bekommen sofort ein Ergebnis. Der Surfer Note 4 entspricht nicht den vorher definierten Anforderungen. Wir bekommen im Notstatus einen Graphen, der uns zeigt, wie viele Systeme den Anforderungen entsprechen und wie viele nicht. Des Weiteren bekommen wir sofort eine Auswertung, welche Plattformen und Umgebungen die meisten Fehler aufweisen. Im Profilstatus sehen wir genau, wie viele Anforderungen grün bzw. rot sind. In dem Graphen können wir genau betrachten, wie sich mein Compliance Level über die Zeit verändert hat. Stellen Sie sich vor, nachts im Table-Shooting-Fall wird der IT-Administrator aus dem Bett geholt, da ein wichtiger Dienst nicht mehr online ist. In einigen Fällen wird die Sicherheit erstmal abgeschaltet. Es könnte ja daran liegen. Dann wird der Dienst repariert und wieder online gebracht. Aber die Sicherheitseinstellungen wurden vergessen, wieder zu aktivieren. Dies können Sie jetzt in dem Graphen sehen, da sich Ihr Compliance Level für das System sehr stark verschlechtert hat. Es könnten ebenfalls Hackerangriffe detektiert werden. In einigen Fällen verändert ein Hacker sofort die Log-Einstellung oder anderes, damit er nicht über das Log-System auffällt und sich in Ruhe umschauen kann. Wir können uns die einzelnen Regeln, die nicht erfüllt wurden, hier anschauen. Nehmen wir uns zum Beispiel die Regel 4.2.2 und schauen uns diese genauer an, was die Anforderung von uns verlangt. Wir sollen also verschiedene Parameter auf dem Centros ändern. Jeder Test enthält einen Titel, einen Impact, also wie wichtig ist uns der Test, eine Beschreibung und welcher Parameter wie angepasst werden muss. Den Test können wir unseren IT-Administratoren geben und die wissen genau, was zu tun ist. Wie wir gesehen haben, ist noch einiges an dem System zu tun. Also beauftragen wir unsere IT-Administratoren damit, dies zu beheben. Die IT-Administratoren haben uns mitgeteilt, dass sie bereits einiges behoben haben und die weiteren Einstellungen so schnell wie möglich behoben werden. Also schauen wir uns das System genauer an. Wie wir sehen, haben die IT-Administratoren gute Arbeit geleistet, da unsere Compliance-Levy gestiegen ist. Und unser Auditor ist ebenfalls zufrieden, da er sieht, dass an dem Problem gearbeitet und dies auch kontrolliert wird. Wir können somit Compliance-Reports für jegliche Art von technischen Anforderungen automatisiert über unsere gesamte Infrastruktur anfertigen und den BaFin, PCI DSS oder BSI Auditor vorlegen. Somit konnten wir den Prozess von mehreren Wochen oder Monaten auf einige Minuten verkürzen und Zeit sowie Kosten einsparen. Melden Sie sich, wenn Sie mehr über das Produkt erfahren möchten oder wie Ihnen eine Demo vorstellen können.